Das kann deine Niere zerstören, du kannst erblinden, du kannst einen Fuß verlieren oder ein Bein verlieren und ja, es klingt lovely, ne? Und ich kriege das mal gesagt mit zwölf, da kriegst du schon Angst. Deswegen hast du keinen Tag Pause davon, weil du ja jeden Tag dich bewegst und etwas isst. Und sobald du Nahrung zu dir nimmst, wirkt sich das auf deinen Blutzuckerspiegel aus. In Deutschland gibt es elf Millionen Diabetiker und Diabetikerinnen, davon sind sehr wenig nur Typ 1. Also das, was ich habe, ich glaube, das sind nur 300.000 oder 400.000. Aber das ist ein Riesenthema in der Gesellschaft, auch Typ 2 Diabetes, auch die Vorurteile, die damit einhergehen. Und wenn ich mir denke, wie viel heute Rücksicht genommen wird auf ganz unterschiedliche Bedürfnisse, was ja toll ist, was Menschen eben für Krankheiten, für Bedürfnisse haben, da denke ich immer so, ach so, und Diabetes ist wieder nicht dabei. Laura Karasek ist Moderatorin und schreibt Bücher und ist zu Gast bei uns. Und die Frau ist Mutter und eine Frau, die mit Diabetes lebt. Und als sie diese Diagnose mit zwölf Jahren gestellt bekam, da hat sie erstmal trotzig reagiert und mit dem Rauchen angefangen. Ich war so wütend auf meinen Körper. Ich war so enttäuscht von ihm, dass er so eine einfache Aufgabe wie den Stoffwechsel nicht meistern konnte. Und ich auch die Einzige war in meinem gesamten Umfeld, die eine chronische Krankheit hatte und auch Diabetes hatte. Und da, glaube ich, hat das angefangen mit so Selbstsabotage. Also so ein bisschen aus Trotz sagen, okay, du willst mir was beweisen, dann mache ich dich jetzt kaputt. Und dann habe ich angefangen zu rauchen, ja. Aber hast du es nicht geschafft, kaputt zu machen? Noch nicht. Ich bin jetzt auch etwas vernünftiger. Wie lange hat das gedauert, bis du auf die vernünftige Spur gekommen bist? Zehn Jahre. Ernsthaft? Ja, ich war die ganz, ja, ich habe dann auch wenig geschlafen und spät ins Bett und viel gefeiert. Und war immer so wütend, dass meine Zuckerwerte so schwankend waren. Und habe gedacht, das bringt doch eh alles nichts. Und ich hatte dann auch wahnsinnige Angst vorm Tod und so Panikattacken. Und dachte immer, ich werde eh jung sterben. Und also das war, ich bin da, und dann habe ich immer gedacht, da muss ich aber jetzt ganz viel leben. Ich muss jetzt ganz intensiv leben, damit ich die Zeit genutzt habe. Und das habe ich auch getan. Und deswegen bin ich der Krankheit auch auf eine Art dankbar. Weil wer weiß, ob ich auch so übertrieben hätte, wenn ich sie nicht gehabt hätte. Okay, dass du gesagt hast, ich nehme alles, was kommt, nehme ich alles mit. Und jedes Gefühl, jede Regung, jeden Exzess, jede Reise, jede Verknalltheit, jede, also ich habe wirklich, ich wollte alles ausprobieren. Ich habe mal Theater gespielt und eben dann Bücher geschrieben. Also ich wollte einfach nichts versäumen. Deshalb bist du so schnelllebig. Wahrscheinlich. Eigentlich, so rastlos, vielleicht. Aus reiner Angst. Jeden Moment genießen, als wäre es der Letzte. Das ist so eine Art Devise von Laura Karasek. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr euch schon mal einen Wunsch erfüllt, weil ihr dachtet, vielleicht komme ich später nicht mehr dazu? Oder habt ihr irgendeinen Laster? Bei Laura Karasek ist es das Rauchen. Das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und ich habe Laura gefragt, wie das eigentlich ist, im Alltag mit Diabetes zu leben. Das ist eine Autoimmunkrankheit. Das heißt, der Körper hat sich selbst zerstört und stellt kein Insulin mehr her. Das heißt, ich muss das hinzufügen, das habe ich, seit ich zwölf bin, über Spritzen gemacht. Also ich habe mich sozusagen von außen gespritzt. Und seit 2013 habe ich eine Insulinpumpe, die klebt an meinem Körper. Die gibt regelmäßig Insulin ab, immer wenn ich Mahlzeiten esse. Du musst aber auch darauf achten, wann du Sport machst, wie du Sport machst, damit du nicht unterzuckerst. Du musst immer Kohlenhydrate berechnen, du musst gut durch die Nacht kommen, dass du da nicht unterzuckerst oder zu hoch bist, weil das eben alles Langzeitschäden verursachen kann. Das kann deine Niere zerstören, du kannst erblinden, du kannst einen Fuß verlieren oder ein Bein verlieren. Und ja, das klingt lovely, ne? Und ich kriege das mal gesagt mit zwölf, da kriegst du schon Angst. Und deswegen hast du keinen Tag Pause davon, weil du ja jeden Tag dich bewegst und etwas isst. Und sobald du Nahrung zu dir nimmst, wirkt sich das auf deinen Blutzuckerspiegel aus. Das heißt, ich muss immer mit meinem Messgerät gucken, wo stehe ich gerade und wie treffe ich doch wieder die Ziellinie. So viel, sag ich mal, was es für Folgen haben kann, erfahre ich ja sonst nicht. Sonst heißt es immer, gut, Laura Karasek, die hat Diabetes. Ist das noch ein, der Tabuthema ist vielleicht zu dicke, aber ein Thema, über das nicht ausreichend gesprochen wird? Ja, finde ich schon. Vor allen Dingen, wenn du mal darüber nachdenkst, in Deutschland gibt es elf Millionen Diabetiker und Diabetikerinnen. Davon sind sehr wenig nur Typ 1. Also das, was ich habe, ich glaube, das sind nur 300.000 oder 400.000. Aber das ist ein Riesenthema in der Gesellschaft, auch Typ 2 Diabetes, auch die Vorurteile, die damit einhergehen. Und wenn ich mir denke, wie viel heute Rücksicht genommen wird auf ganz unterschiedliche Bedürfnisse, was ja toll ist, was Menschen eben für Krankheiten, für Bedürfnisse haben, dann denke ich immer so, ach so, und Diabetes ist wieder nicht dabei. Das kommt wieder zu kurz. Warum gibt es da jetzt nichts auf dem Ernährungsplan, in der Kantine? Warum wird da nicht mal, warum gibt es da, klar, es gibt so Charity-Organisationen. Ich meine, der Tennisspieler, der Zverev, hat ja auch Diabetes und setzt sich da ein und macht was für Kinder mit Diabetes. Der Steiner, der Matthias Steiner, der Olympiasi, der hat auch Diabetes. Aber so das Bewusstsein in der Bevölkerung ist noch nicht so da, weil viele Menschen eben gar nicht wissen, wie aufwendig das ist, sich darum zu kümmern. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist wie noch ein fünfter Job oder so, aber es ist schon, es ist kräftezehrend und energiezehrend, ohne dass ich jetzt darüber jammer, ich bin nicht selbstmitleidig. Ich will nicht sagen, ich bin so arm dran. Aber es ist manchmal heulich vor Wut darüber, ja. Weil es anstrengend. Ja, weil es einfach gemein ist und anstrengend und du denkst, ich habe doch gar nichts gemacht. Also nicht nur, dass man die Krankheit hat, sondern dass der Wert so beschissen ist. Und dann sagt man, hä, ich habe mich bewegt, ich habe irgendwie Gemüse mit Sushi oder mit Fisch gegessen und trotzdem bin ich so schlecht oder trotzdem, warum, ich kann die Nacht nicht durchschlafen, weil ich wieder unterzuckert bin. Das macht dich dann irgendwann wütend. Aber du isst auch gerne Schokolade. Ich liebe Süßigkeit. Hast du welche da? Nein, extra nicht. Oh wow, du Fiesling. Aber wie passt das zusammen? Wie kriegst du das unter die Wertgrenze sozusagen? Dafür gebe ich dann was ab. Beziehungsweise ich verzichte dafür sehr häufig auf Brot und Nudeln, was auch nicht so gesund ist. Also ich verzichte auf andere Kohlenhydrate, um halt viel Schoki essen zu können, weil ich es einfach liebe. Okay. Und das geht auf? Das geht auf. Du siehst, ich bin top glücklich. Nein, man muss doch das essen, worauf man Lust hat. Ich hasse Verbote. Man soll sich nichts verbieten. Aber das geht ja schlecht bei Diabetes. Also da gibt es ja, würde ich mal sagen, schon ziemlich deutlich, nicht Verbote, aber sehr deutliche Hinweise, was du essen solltest und wie viel davon. Ja, aber du weißt doch, wie es ist mit dem Verbotenen. Es ist immer besonders verlockend, das, was man nicht haben darf. Ja, kann aber dann, wenn du einen Fuß verlierst oder was weiß ich was, schmerzliche Folgen haben. Ja gut, ich habe immer das Gefühl, bei mir wird es schon gut gehen oder ich denke, ich kompensiere das ja anders. Ich mache jeden Tag Sport. Ich lebe ja sonst, ich lebe jetzt nicht super ungesund. Also ich bin jetzt, ich fresse jetzt nicht fünf Tüten Chips jeden Tag oder gehe dauernd irgendwie zu einer Fast-Food-Kette und ballere mir da die Nuggets rein. Aber klar könnte ich auf gewisse Dinge verzichten, um noch gesünder zu sein. Aber ich glaube, es ist auch gesund. Zu leben. Genau, zu leben. Das hast du schön gesagt. Es ist vor allem gesund, glücklich zu sein und sich gehen zu lassen. Und wenn man sich alles verbietet, werde ich eine verbitterte, frustrierte Person und darauf habe ich keine Lust. Laura und ich hatten einen Haufen Themen. Das ganze Interview findet ihr in der ARD Mediathek. Hier könnt ihr einen Kommentar lassen, wie es euch gefallen hat, auch wenn es nicht gefallen hat. Und ansonsten lege ich euch noch Mia Pejic ans Herz. Eine Frau, die von ihrer Familie geflohen ist, Erfahrungen bei den Zeugen Jehovas gesammelt hat. Und das waren keine Schönen. Sie hat nämlich Gewalt erlebt dort. Und ansonsten mein Rat, Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nichts.